Natürlich! Natürlich! Nein! Warum fliegen wir gegen den Berg? Wo machen wir das jetzt? So! Die Granate! Oh! Natürlich kommt... Mach ich auch. Oh! Aber ich helfe eigentlich nicht mehr. Los Leute! Alle Blay jetzt! Wir sind bereise Leute hier! Ich kann nicht sehen, dass wir in 5, 16 Kugeln sind. Oh, warte! Ich bin nicht angemogelt, glaube ich. Oh! Wo war der? Handzeit! Hat er gestatt! Handzeit! Wenn einer so spielen würde! Also ich könnte was dagegen tun, Pinky! Aber das lass ich jetzt mal lieber! Ja! Hat das Spiel doch nicht! Ich hab ja hardcore eigener, das rette wir grad hier ins Team! Hat das Spiel doch gar nicht! Oh Gott! Ich weine! Hä? Hardcore hat das Spiel nicht? Warum hab ich den denn in meine Liste? Soll ich rausgehen? Ich weiß nicht wer das ist grad! Oh! Huh! Aber ich lade es mal! Sehr gut! Soll ich ihn zurück schenken? Sehr gut! Sehr gut! Wo der WP? Ist ja ja kein Kugel. WP! WP! Nee?! Ich krieg hier was aber! WP! Das macht immer noch Bock! Und das wird gesagt, wir hier sind öfters nebenbei spielen, um vielleicht ein bisschen besser zu werden. Ich bin nicht lange dabei, wenn der eigentlich ist immer noch früh ausmacht. Ich hab Freitager frei. Nein, Destiny, denke ich mal... Big Boy! Big Boy! Hat Big Boy noch den Ernst gemacht vor Jane Daniels? Gestern... Ich wollte eigentlich nur wissen... Oh, warte, warte, das ist meine Musik. Pause machen. Auch geil, Outcast. Jetzt machen wir hier weiter. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie du Carlos Black fandest. Weil du erst bei Carlos Black zugeguckt hast, wollte ich eigentlich nur wissen, wie du es fandest. Ich will damit nie glücklich zum ersten Platz der Sende, in den zweiten und herüber auf den dritten, statt der Bub in den vierten und dann... Ach du Scheiße, ich muss mich wieder mühren, und das Lied ist ja geil, Alter. Der Mann mit den Koks ist da. Ja, genau. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld, wird dir jemand mit dem Koks bestellt. Ich hab's auch gesehen. Oh, ja. Schnauze. Oh, meine... Das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen? Ich hab's ausgeladen. Okay. Glaublich. Wie sieht das aus, wenn ich hier in durchziehe. Ich hab's ausgeladen. Das war's. Wie war's denn? kein problem ich bin dabei da machen wir eine missmittel drauf das ist dass das nicht mehr wegnehmen kann es mal es ist gespeichert